So, wir sind hier immer noch in den Minen von Moria, so kommt mir da zumindest vor. Na gut, nicht ganz so viele Abgründe und kein Balrog, aber ja, auch mit Zwergen. Na, wir sind hier in der Funkelhöhle. Funkel oder Funken? Oh, das bin ich mir jetzt mal sicher. Egal, auf jeden Fall geht es hier, glaube ich, weiter, soweit ich es in Erinnerung habe. Schauen wir mal, du hast Wasser. Oh, da ist wieder so ein Wurm, so ein schöner Wurm, der ist auch ein bisschen auf unserer Seite, muss ich sagen. Und zack, 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 zack. Huch, da hat sich wieder verkrochen, da hat sich verkrochen. Können wir die Dinger hier... Ach, komm. Obwohl ich eigentlich Gesundheitstränke mal gebrauchen könnte, weil so viele haben wir nicht mehr. Nicht, dass wir dann nachher im Mangel dann sind. Naja, mal sehen. Und weiter geht's, schön Krux töten. Na, so die Gegenstände hier, wie der Stab da, die lasse ich gerade liegen. Oh, der Zwerg. Das hätte schlimm enden können. Aufsehen, mit Gebrüll. Mit einer dicken Axt. Autsch, nix drin, war mir klar. Guck mal, den haben wir noch gar nicht, den Schardan-Bogen. Weiter geht's. Geht's hier auf... Oh, da war, glaube ich, da war ein andersfarbiger Skorpion. Was, 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 was? Gift-Dämon. Ein Gift-Dämon stelle ich mir eigentlich anders vor. Aber scheint so eine Art Boss zu sein. Schauen wir mal. Ja, guck mal hier, der hat wieder diese Aura. Vielleicht stoppt... Vielleicht stoppt er ja was Feines. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Komm schon. Und beschlagene Lederhandschuhe. Ich finde immer nur, wenn es in blaue Gegenstände geht, immer nur Handschuhe. Toll. Egal. Egal. Lassen wir uns nicht von unterkriegen, sondern töten ein paar Finsterlinge. Und ein Tuch. Ein blaues Tuch. Und ein Ring. Ja. Den können wir vielleicht ganz gut gebrauchen. Aber nicht du. Hey. Drück den Ring raus. Okay. Okay. Der braucht, glaube ich, einen Ring nötiger als wir. Mana-Punkte. Nee. Gut, dann hat der Richtige den schon eingesammelt. Super. So. Hoch. Hoch. Wir gehen hoch. Noch ein paar Skorpione töten. Zack. Ach, jetzt gehen sie wieder auf die Magier. Sehr schön. Nein. Uh. Oder ist er noch irgendwo anders? Nee. Hä? Haben die den Magier da hinten erreicht? Oder? Nee, da ist er. Da ist er. Da ist unsere Magierin. Ähm. Magierin Bogenschützin. Stiefel ausgehärtet und Leder. Nee, mal mit. Nee, mal mit. Ich glaube, ich muss eh irgendwann wieder. Ähm. meinen Rucksack. Ja, in den wahrscheinlich rein leeren. Wie das klingt. Schnell, 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 da ist noch Maschine, da ist noch Maschine, damit da kommen wir wahrscheinlich rüber. Komm schon, Esel, Eselchen. Eselchen. Leuchtfeuer. Naja. Holen wir mal in der nächsten Runde. Aber erstmal, die Gegner killen, da ist unser Esel doch auf der anderen Seite sicherer. Vielleicht war es gut, vielleicht wäre er... Ich wollte gerade sagen, vielleicht wäre er wieder gestorben. Dafür ist jemand anders hier verreckt. Und noch jemand. Das ist Seth. Sehr schön. Die sterben, wie die fliegen. So, jetzt müssen wir auf Seth warten. Da können wir doch in der Zeit. Unseren Leuchtfeuer hier rüber holen. Nach Zwerge und Technik ist es ja immer. Huch. Ich habe noch wenig Lebensenergie gehabt. In jedem Spiel haben Zwerge irgendwie was mit Technik zu tun, was mit Gold zu tun. Sie haben zu tief gegraben und haben das Böse erweckt. Vielleicht auch hier, wer weiß. Wer weiß, was hier wirklich als Gegner auf uns wartet. Einmal noch herausfinden. Ach komm, Seth, lassen wir das erstmal hier liegen. Der ist uns eh keine große Hilfe. So leid mir das auch tut. Der Arme, aber... Balltränken gehen momentan noch. Okay. Müssen wir trotzdem aufpassen. Hä? So. Äh, ja. Zerstört doch mal diese Kisten. Deswegen sammle ich mir ein paar Gesundheitstränke an. Hier geht der Fahrstuhl wieder runter. Jetzt müssen wir doch auf unseren Magier warten. Was soll's. Was soll's. Erzähl ich euch eine kleine Geschichte. Ähm, ja. Wie gesagt, in jedem Spiel, in dem es Zwerge zu erstellen gibt, spiele ich auch Zwerge. Bei Horde zum Beispiel, bei Horde, bei World of Warcraft, wenn es keine Horde ist, sondern Allianz, sind es auch meistens die Zwerge. Na gut, auch mal andere, aber auf keinen Fall Menschen, die haben alle so Hackfressen. Habt ihr das noch nicht gemerkt, hier bei World of Warcraft, jetzt vielleicht mit den neueren Updates da immer besser geworden, aber in den Classic-Zeiten... Oh Gott, was die für Hackfressen hatten. Was die für Hackfressen hatten. Schlimmer wie bei den Elders... Komm schon, komm noch mit drauf. Ja, jetzt hab ich's geschafft. Uh, schlimmer wie bei den Elderscrolls spielen, muss ich sagen. Wo geht's weiter? Da gibt's erstmal Finsterling. Oh, und da hinten mehrere. Ach gut, guck mal, guck sieh mal eine an. Der Esel fährt ganz gemütlich wieder hoch. Egal. Egal, der ist als sicherer, als wenn er hier mit uns unten... äh, durch die Gegnerhorden... Oh, da ist wieder der Wurm. Weg mit dir, stirb! Jetzt endlich! Ja, und nochmal ein Ring. Jetzt finden wir aber Ringe in Massen. Ähm... Rüstungspunkte, Gesundheit... Ja, 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 behalten wir mal. Und öffnen da hinten das Ding. Was ist das? Einen Stab. Einen Stab, den brauchen wir mal nicht. Hier geht's nicht weiter, Sackgasse. Der hat sich aber wie schon wieder verkrochen. Hm. Der Esel fährt hoch und runter, munter hoch und runter. Jetzt kommt er. Nein, wir sammeln doch jemand den Gesundheitstrank bitte ein. Da geht's weiter. Oh, da laufen sie ja raus. Da laufen sie raus. Und laufen uns genau in die Arme. Idioten, wenn die wüssten, dass wir hier stehen. Um sie zu überraschen. Und schon wieder. Schon wieder ein Fire-Shot. Irgendwie ist es... Die wollen uns hier verarschen. Wir finden nur Fire-Shot, Fire-Shot, Fire-Shot. Und da finden wir ein paar Krux. Ein paar viele Krux. Oh, 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 oh. Da belebt auch jemand wieder den... Wieder. Wieder den wieder, ja. Geiles Deutsch, ne? Da ist er. Du stirbst jetzt erst mal. Äh, ja. Na, ich find's so geil, dass wir da manchmal nicht angreifen. Keine Ahnung, wie man hier unten... Hier, ich hab das nächste Ziel angreifen. Verteidigen, nicht kämpfen, frei angreifen. Wir machen mal frei angreifen. Stellung halten, frei bewegen. Machen wir's mal so. Vielleicht sind sie dann ganz... vom Computer gesteuert, wer weiß. Aber wir werden's herausfinden. Hier, Fässer. Einmal, zweimal... Oh, ist das dein Feind eben? Der böse Esel. Oder Mauli, wie die das hier ja nennen. Na, zuerst auf den Magier. Sonst belegt er seine Kumpanen wieder. Jetzt bin ich mal gespannt. Weiß bewegen. Bringt das dir irgendwas? Ja, die greifen jetzt von selbst an. Ich muss gar nicht mehr viel machen. Sehr geil. Okay, so lass ich das. So lass ich das. Kann ich mich entspannen. Zurücklegen. Rücklehnen. Und ein wenig quatschen. So, dann machen wir das so grad. Zack, zack. Zack, zack. Zack, sehr schön. Das läuft, das spiel fast automatisch. Da kennt ihr noch die automatische... Also, falls ihr Icewind Dale und so gespielt habt. Die automatische... Eigentlich ging es, glaube ich, auch noch lang hoch. Ein Hebel. Können wir aber nicht betätigen. Und schon wieder lauter Zwerge und lauter Maschinen. Eine große Masch... Hier, hinten gibt's Feinde. Große Maschine. Hier gibt's Finsterlinge. Die besiege ich grad. Erfahrungspunkte sind Erfahrungspunkte. Die können wir immer gut gebrauchen. Bretterschild. Und nochmal einen blauen Stab. Sehr schön. Wir finden hier doch jetzt ein paar ganz gute Gegenstände in den Minen von der Funkelhöhle. Funkenhöhle. So. Wo war's stehen geblieben? Ach ja. Genau, falls ihr Icewind Dale damals gespielt habt. Da gab's so eine schöne Funktion mit Folgen. Da konnte man immer, wenn man zum Beispiel Multiplayer gespielt hat, demjenigen folgen, der das intensiver gespielt hat. Also, das haben wir auch öfter mal ausgenutzt. Da haben sich schon, ja, ein paar Leute immer mal geärgert. Hier sind ein paar Lohren. Ach, guck mal hier. Ich wusste, dass es da noch irgendwie weitergeht. Oh, da ist eine Mauer. Hm. Hier oder da hinten? Was? Schaltfläche. Ja. Toll übersetzt. Wir gehen einfach mal hier durch. Mal schauen. Oh, sieht aus wie eine Taverne. Ist eine Taverne. Eine Zwergentaverne mit toten Zwergen und lebendigen Krups. Das berichtigen wir gleich. Dann sind hier tote Zwerge und tote Krups. Ja. Ja. Belebt nur deinen. Wieder. Ja, so können wir vielleicht ein bisschen, äh, ja, farmen. Oder grinden heißt das ja. Im Fachjargon. Hier geht's weiter. Hier ist ein Schinken. Ein Riesenschinken. Hinten geht's auch weiter, oder? Ja. Komm, wir gehen erstmal hier hinten lang. Ich hör sie schon. Aber von wo? Von vorn? Ach, da ist sie doch. Unseren Schiff. Oh, so kommen sie in Scharen. Und wieder mit ihren Kackhaufen. Immer die mit ihren Kackhaufen. Und werden wiederbelebt. Komm, erstmal. Oh, nein, 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 nein. Da ist schon wieder jemand. Ich weiß nicht, schon wieder gestorben. Wir ziehen uns zurück. Leute. Wir ziehen uns zurück. Wir ziehen uns zurück. Und ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Ich. Ich hab's gewusst. Esel. Esel. Jetzt kommen sie von der... Was? Was? Äh, ja, äh, ja. Bin ich ganz... Esel. Jetzt komm ich ganz durcheinander. Zum Glück hab ich wiederbeleben. Hier ist auch nochmal wiederbeleben geploppt. Was ein Glück. Und Missbildung. So, wo haben wir denn unseren Gutsten? So. Wo haben wir denn unseren Gutsten? Hier ist wieder erwecken. Da wiederbeleben. So, machen wir gerade mal hier rein. Zack und zack. Zack und zack. Jetzt muss ich nur noch den finden. Ähm, jetzt müssen die ganzen Gegenstände gleich wieder aufploppen, wenn ich da hinten hingehe. Zack. Aber wo ist er? Wo ist der Gute? Ah, durch die Gegenstände sehe ich das aber auch nicht. Irgendwo liegt der hier. Irgendwo. Kann ich vielleicht auch das anwählen? Oh Gott, krass, ich bin meine Maus ein wenig. Und jetzt den... Nein. Funktioniert nicht. Oder? Ich wähle mich an. Wähle wiedererwecken an. Doch. Ah, super. Und mal aufstehen, Guter. Na, nimm doch mal einen Halt... Ach, der hat ja keine Haltränke. Jetzt nimmst du erst mal hier wieder deine ganzen Sachen. Was? Och, das hast du die genommen. So. Gleich haben wir es. Mana-Trank, Mana-Trank, Gesundheits-Trank. So, jetzt kommen wir mal in dein Inventar. Ja. Trägst du eigentlich wieder das ganz Gute. Wobei... Wir hatten jetzt den Ring und alles aufgenommen. Das warst du, ne? Böser Esel, böser Esel. So, Tuch. Beteiligung 6, Beteiligung 19. Oh, was haben wir denn hier? 19 bis 23, Nahkampffähigkeit hinzu. Mana pro Treffer, dann ist es immer noch besser. Und hier ziehen wir noch deinen Ringe an. So. Dann machen wir uns mal weiter. Uff, der Weg. Auf dem Weg. Zack, zack, zack. Noch mal schön einen Halt dran schlürfen. Und was haben wir hier? Ja, sieht aus wie so eine Kaserne. So ein Bettenlager. Das dänische Bettenlager. Nee, ich will ja keine Werbung machen. Aber hier gibt es nichts mehr, oder? Gibt es hier noch irgendwie einen Geheimgang? Gibt es aber auch keine Truhen? Oder doch, da hinten. Doch, da hinten haben wir eine Truhe. Bitte mit was Epischem drin. Mit gar nichts drin. Und hier... Ein Hammer. Das ist ja wirklich eine tolle Ausbeute. Nur mal ein Bretterschild. Tote Zwerge, soweit das Auge reicht. Ein Bretterschild, ein Hammer. Und da hinten war noch irgendwas, was wir nicht brauchen. Toll. Das hat sich ja wirklich gelohnt, hier reinzugehen. Warum nehmen wir noch den Lebenssauger mit und das Gold? Hier ging es noch weiter, ne? Ja. Ging es auch nochmal nach links. Ach, guck mal hier. Die haben wir vergessen. Die haben wir vergessen. Entschuldigung. Holen wir gleich schnell. Es gibt es doch nicht. Das... Ich kann ja noch lachen über unsere Magier. Es ist fast so ein Running Gag, dass der jetzt die ganze Zeit stirbt. Ich... Ich lacht jetzt. Ja, tschüss. Vielleicht sollten wir wieder... Ja, vielleicht sollte er wieder hier heilen. Dann kann er sich auch mal selbst zwischendrin heilen. Zack. Ja, und sonst gehen sie auf denen. Ich weiß nicht, warum die nicht auf uns gehen. Hier, ich habe hier die meiste Lebensenergie. Ja, wahrscheinlich, weil ich die meiste Lebensenergie habe. Ich glaube, das war es auch hier jetzt, oder? Das... Na, ich dachte, das könnte... Ah, guck mal hier. Noch zwei Truhen. Eine Falle und... Wenigstens ein bisschen Gold und ein Pagenschild. Schauen wir uns nachher mal an. So, das war es hier. In diesem Bereich. Kleiner Gesundheitstrank. Ja, den brauche ich. Den habe ich wahrscheinlich mittlerweile nötig. So, und jetzt können wir hier auf unseren Kumpan warten. Eiho, eiho. Wir sind vergnügt und froh. Ah, wir haben nur ein Zwerg hier. Den Klörn. Klörn. Klörn wahrscheinlich, oder? Klörn. Stimmt Klörn. So, schlürfen und tschüss. Jetzt wollen wir wieder den normalen Weg. Dem regulären Weg. Wobei, ist ja hier alles regulär. Ist ja kein Open World Spiel. Damals war Open World auch noch nicht so etabliert. Ich glaube, zu der Zeit gab es höchstens da... Ich weiß nicht, Mowlwind gab es das schon? Die Elder Scrolls Teile? Ich glaube schon. Und sonst so Gothic. Gothic war so das erste Spiel hier in Deutschland, was wirklich so... in dieses Open World so mitgebracht hat. Gothic 1, Gothic. Ja, ich... müsste wahrscheinlich meine Aufstellung ändern. Aber irgendwie... bringt es trotzdem nichts. Der stirbt mir jetzt trotzdem die ganze Zeit weg. Egal, was ich mache. Das... Das ist doch unmöglich. Unmöglich ist das. Die gehen aber auch immer dann nur auf einen. Die machen es schlau. Die machen es wirklich schlau. So dezimieren die unsere Gruppe. Und irgendwann ist auch von mir nur noch einer übrig. Und... Oh Gott. In einer großen Metalltruhe, wo man erwartet, dass mal ein epischer Gegenstand drin ist. Ist nichts. Gar nichts. Aber hier gibt es auch nur eine Art von Gegenstand. Nämlich blau. In anderen Spielen, da... Diablo oder... World of Warcraft oder sowas. Hier. Blau. Ne, grün war das erste. Grün. Blau. Ich glaube, grün war... magisch oder sowas. Blau war... äh... rar. Dann gab es noch lila mit epich. Und orange mit legendär oder sowas. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Irgendwie sowas. Ah, ein Gesundheitsdrang. Können wir gut gebrauchen. Ja, und hier gibt es nur blau. Nur blau. Was ich nicht sehr schön finde. Oh, da ist jemand. Gegen? Hallo? Was ist denn los? Ach, der wurde wieder erweckt. Der wurde wieder erweckt. Der ist gestorben und dann... hat der Zauber anscheinend noch funktioniert. Ja, 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 ja. Ihr seid doch Schieter hier bei Dunsenseed. Die Hersteller. Die Entwickler haben hier ein wenig geschietet. Ach, guck mal hier. Riesenmotten. Riesenmotten. Oder Riesenfalter? Na, Riesenmotten. Oh, guck mal hier. Da kann man den Fels wegsprengen. Und zack. Ja, und ein paar Gegner nehmen wir natürlich noch mit. Sehr fein. Jetzt sind wir aber auch schon... Guck mal hier. Da ist wieder ein Steinbest hier. Ein Steingolem. Jetzt sind wir doch relativ lange... Oh, da ist der Wurm wieder. Der Wurm. Hochdeutsch sprechen. Jetzt sind wir doch schon relativ lange hier in den Mien. Oder in der Funkenhöhle. In der Funkenhöhle heißen die wahrscheinlich... Schau mal her. Die spritzen Funken. Die sprühen Funken wahrscheinlich deswegen. Und der Magie ist wieder in Bedrängnis. Aber der soll doch halt... Was macht der denn jetzt? Der macht den Nachkampf. Hat der denn einen Duppen? Ist ja den ganz verrückt. Mann, Mann, Mann. Ja, sammel du mal den Hammer ein. Zack. Schlagen Lederhandschuhe. Nehmen wir jetzt einfach mit. Egal. Wir müssen eh, glaube ich, jetzt gleich nochmal... Die Gegenstände umladen. Ja, komm, dann machen wir das gleich. Der Rad nochmal. Den Hammer nehmen wir allerdings hier. Nur die Gegenstände, die wir auf keinen Fall brauchen. Laden wir mal hier rein. Dass wir die dann verkaufen können. Ich höre schon die Steinbestie. Das ist rumort. Kommen die großen Bögen. Die werden wir auch nie nutzen. Die sind mir zu langsam. Hier noch ein Stab. Und ein paar Mana-Tränke. Guck mal hier. Sogar der Magier ist von Mana-Tränken überfüllt. Und so oft benutze ich die ja auch nicht. Ich drücke kaum M. Kaum Mana. Immer dieses fummelige Fummeln. Also hier bei Dungeon League. Also nicht hier privat. Das Menü ist aber auch katastrophal. Ich weiß jetzt nicht, ob er die Zauber schon hat. Das testen wir nachher. Beteiligung 2. So, kann er wieder ein bisschen was aufheben. Der Zwerg auch. Bogenschütze sind bereit. Der andere Nahkämpfer, wie auch immer der nochmal heißt, auch. So. Na, schau mal. Folge gleich zu Ende. Hat doch gut gepasst. Wir... Oh, schnell, 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 schnell. Bevor alle weg sind. Wir gehen mal auf die Bestie. Ist besser. Uh, ich dachte eben schon. Huh, knapp, knapp vor Tod. Ja, versiegt. Wie die so schön zerfällt. Und, äh... Ja, unser Zwerg ist gerade wieder... Hat an Stärke gewonnen. Und war zwar eigentlich in Stufe gestiegen, aber hier gewinnt man ja an Stärke. So. Gut, ich glaube... Wir sind so weit durch. Na, komm. Da machen wir den Wurm jetzt noch. Wenn es sein muss. Zack. Oh, nochmal ein geiles Amulett bekommen. Sehr schön. Haben wir, glaube ich, eingesammelt. Schauen wir mal, was es trinkt. Jetzt machen wir die halt auch noch mit. Nehmen wir die halt auch noch mit. Was soll's? Uloria. Ne, Ulora. Ich bringe Uloria. Uloria klingt aber melodischer als Ulora, muss ich sagen. Und wieder. Gehen die auf unsere Magie. Und wieder schmeißen die die Kackhaufen auf unsere Magie. So, dann nehmen wir mal alles mit. Zack, 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 zack. Gut. Ich denke, ich kaufe nochmal, was das Amulett bringt. Das bringt nochmal Rüstungspunkte. Ähm, geben wir unseren Zwerg. Der ist auch, geht auch oft in den Nahkampf. Oh, haben wir schon. Der hat die Lebenspunkte. Ähm, hier. Wo kommst du? Da, nimm. Zack. Immer mehr Amulette, immer mehr Ringe. Und die Folge ist jetzt auch zu Ende. Habt mir wieder Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ähm, ja. Würde mich freuen, wenn ihr dann in der nächsten Folge auch wieder dabei seid. Ja. Bleibt mir jetzt nichts mehr zu sagen. Bis, äh, ja. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ja. Ja. Ja.